1, 2, 3, GO! Hashtag Eigenwerbung, mach mal was Sinn, was du machen kannst. Genau, richtig, hau rein, alles gut. Ähm, Nils Sex pur, ist halt auch wirklich so. Manchmal fasst er mich ein wenig zu oft an, das finde ich dann auch nicht okay. Aber ich habe Angst, was dagegen zu sagen, weil sonst haut er mich wieder. Und sie laufen halt wieder eiskalt aneinander vorbei. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Sie sind halt wirklich, wie in so einem Comic, genau das Sichtfeld war wirklich wahrscheinlich nur so ganz kleines Fitzelchen schwarz. Ich sag mal, sie müssen da, sie müssen im Endeffekt da lang. Ah, der Watch steht drin, sie sehen Malfalls, sie sehen Swain. Ne, sie, da kommt niemand dran. Doch, die Swain, Swain kriegen sie. Die Elite Cocoon sitzt und das war's mit Swain. First Blood auch noch für Jin. Shhhhhh. Shhhhhh. Ahhhh. Ahhhh. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.